Hallo liebe russische Freunde. Heute möchte ich euch zeigen, mit welchen Lehrbüchern wir arbeiten. Die Schüler, die Russisch als dritte Fremdsprache lernen, arbeiten mit Breviert. Es sind in der Regel Schüler, die in zwei Jahren die Niveaustufe A2 erreichen wollen. Wir haben in der fünften Klasse mit Dialog 1 begonnen. Mit diesem Buch haben wir auch in der Klassenstufe 6 gearbeitet, weil wir nicht sehr viele Stunden hatten. In der Klassenstufe 7 haben wir Dialog 2 verwendet. Ihr seht, hier arbeiten wir schon auf dem Niveau A2. Jetzt sind wir in der achten Klasse und arbeiten mit Dialog 3. Im Moment beschäftigt uns ein interessantes Thema. Schaut bitte einmal. Gid ihr лучше жить? W gorde, w gorde, w dreivne? In dieser Lektion geht es darum, dass wir Argumente dafür sammeln, wo es sich besser lebt. In der Stadt oder auf dem Lande. Vor kurzem haben wir unseren ersten schweren Text gelesen. Jetzt sind wir gespannt, wie ihr im Deutschunterricht arbeitet. Do scuori strecci! Dann mache ich candles. W metro in dem Moment. Aktuell früh. Wir sind erstmal hier. Vielen Dank.